Eins, drei, zwei, zwei, you know, zwei, drei. Wir können nicht vorstellen, wie viele Jobs es auf der Seite und online gibt. Vielleicht ein Millionen, vielleicht zehn Millionen. Verhandeln bis aufs Messer, aber für mich gilt immer die Premisse, dann wirklich verhandeln bis aufs Messer, aber dann so, dass man hinterher noch ein Bierchen trinken kann. Die Cargo kommen hier, die Leute kommen hier, mehr und mehr Leute kommen hier, wir werden mehr und mehr expandieren. Also Pashim Airport in der Zukunft wird eine Pashim Airport-City. Dieser Airport wird das Airport nach Berlin verändern. Ich glaube in diesem Projekt. Ich weiß, dass ich es tun kann. Ich weiß, dass es gut ist. Ich kann es gestalten. Aber viele Leute, die dich nicht vertrauen, wollen dich verraten. Sie wollen deine Idee zerstören. Irgendwann schnetze ich mir einen Knüppel im Wald, einen ganz dicken. Ich weiß nicht, dass das